Komisch. Das haben wir alles. Die können wir später noch bauen. Jetzt müssen wir erst mal Geld machen. Ich sehe auch noch keinen Müll rumliegen. Kein Müll. Okay, sind ja auch noch verhältnismäßig wenig Besucher im Park, die Müll produzieren könnten. Oh, danke. Okay, das ist das Ganze so viel Geld. Ich habe das Geheimtisch. Ich bin der Grundgeier. Bootsverleih, Bootsverleih, kann ich den Bootsverleih bauen, aber in tippenweise, was? Soll ich mal machen? Dann gleich hier vorne. Oder da, wo es schon verhältnismäßig gerade ist, dann leuchte ich den hier hin. Oh, Bootsverleih. Bootsverleih. Oh, Bootsverleih. Oh, Bootsverleih. Oh, Bootsverleih. 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 Und da Nürnberg Nürnberg Du bist Ja Du bist so also halt ah okay Nee, nicht da. Mal sehen, ob sie wollen oder nicht. Ist günstig an dieser. Das ist Wahnsinn, was sie als günstig empfinden. Er kommt hier zu Rowenia, wird es nicht. Ich finde hier hinten auch nochmal so eine ... so eine ... die Möglichkeit etwas zu verköstigen schaffen. Aber diesmal fangen wir mit Pizzeria an. Pizzeria. So, haben wir gemacht. Wer Pizza isst, möchte auch etwas trinken. und die kinder wollen eis jedenfalls die meisten ich habe hier noch kinder geben die kein eis mögen was kalt ist habe ich nicht schlecht gestaunt aber es gibt nichts was es nicht gibt da wollen wir nichts essen das ist genau die gegenrichtung so gut 342 und denn er hat sich noch die grenze auch die meisten die erst mal auch anwandern mal sehen entweder 50 wieder ab oder es kommt trotzdem immer noch okay so habsen in die luft das finde ich schon mal gut stahlgerüst achte dass sie was wollen das gucken das war die kleine glaube ich ne das nicht ja das war die wo wir nicht genug geld für haben aber ich glaube für die hier für selbst für die ganz klein haben kein geld aber aber das ist kein problem und dann kriegen wir auch mal wieder geld dann haben wir von dem wenigen geld was wir haben und für das wenige geld noch ein paar bäume weg damit wir auch sehen sehen können worin wir bauen und wie gesagt ich muss mich ärgern die war doch gerade hoch günstig ich weiß ja nicht ich muss noch gar nicht hat doch gereicht ja erstaunlich aber das war doch auch so jetzt geht's schon los mit der kotze rein na warte ich könnte noch mit independence dazu machen Ausgang, wo ist der Ausgang, da kommt es am meisten hin, oder auch, das ist also fast egal. So. 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 Trotzdem ist es nicht umsonst, wenn du die Schnauze schon richtig voll haben oder leer oder? Schnauze voll im Magen leer. So ist vielleicht besser ausgedrückt. Kann man sehen? Ne, zwei Euro wollen sie nicht. Na warte, anlocken. Oh, sorry. So. Für Schnupperfahrten erstmal. So mein Freund, du bist jetzt nur für diesen Ausfall. Intensiven Bereich zuständig. Äh, ja. 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 Ja, so ist er. So. So. Bitteschön. Oder willst du noch, willst du noch einen Kumpel haben? Ich gebe dir mal noch einen Kumpel. Dass er nicht ganz so alleine hier rumwirtschaften muss. So, das kriege ich noch auf die Reihe ab. So, das kriege ich noch auf die Reihe ab. So, aber hier geht es schon. Hier weiß ich jetzt nicht, ob ob oder ob nicht. Dadurch, dass der andere schon den gleichen Bereich hat, sehe ich hier nicht, ob ich den hier nur nicht eingestellt habe oder nicht. Achso, ich sehe, wir haben da verletzter Timmer eingestellt. So. So. Und Elefant. Und so kommt, Römer kommt auch der Römer, der ist. Finde ich den finde ich auch sehr unterhaltsam. So. Ja, das passiert. So. Jetzt mal ein bisschen. Wir wollen ja nicht wenig machen. Dann gucken wir wie sie reagieren. Oh. Oh, Hammer. Sorry. Sorry, das habe ich vergessen. Information, Information ist aber da, wie mir bewusst, wie es regnet. So, wie üblich, gleiche Preise, Wegweiser kostet 80. So, Schirm, Schirm ist speziell am Fertigung. Kostet 64. So. So, Schirm, Schirm. So, Schirm, Schirm. So, Schirm, Schirm. So, Schirm, 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 Schirm. Zwei, drei. Und da ist eine. Und hier hinten haben wir eine. Gut. Eh, was soll ich denn da noch... so reicht mehr mache ich nicht okay die komm jetzt auch für zwei euro hier stehen sie hier ist okay solche noch weniger machen hier stehen sie auch eines klusters 80 ist okay rutsche ist nicht so richtig so könnte rutschen dafür ist der eintritt der deutlich toll